Was ist das, was ist das, was ich mache? Und ich muss sagen, ich freue mich sogar drauf. Ich freue mich so drauf, meine Tochter zu sehen. Oh, endlich, dann kann ich sie in den Arm nehmen und ihr was kochen und da freue ich mich schon so doll drauf. Und außerdem kann ich da spazieren gehen, an einer Straße, ohne dass gleich ein Sheriff hält und sagt, Ma'am, is your car broken? No, I haven't got a street in my car. Or, I haven't got a car. But, Ma'am, it's dangerous to walk along the highway, obwohl die da gar keinen Bürgersteig haben. Und auf dem Highway zu gehen ist dann verboten, die sind vielleicht lustig. Und das sind zumindest so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich dann mal zu Hause in Deutschland nicht. Da freue ich mich noch drauf. Und auch meine Salami-Diätin, Diät her. Und, ja, ich melde mich dann auch mal nach dem Schauspielunterricht. Bis denn! Und, ja, ich helde mich noch mal nach dem Schauspielunterricht.